Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Karnivormontag. In der heutigen Folge geht es einmal komplett um Nahrungsreifigkeit. Das bedeutet, wie oft sollt ihr essen, wann sollt ihr essen, sollt ihr fasten und alles, was damit zu tun hat. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, wie beginnt man mit einer Karnivoren Ernährung? Wie esse ich, wie steige ich von welcher Ernährung auch immer ich bin um? Abgesehen davon, dass ich nicht empfehlen würde, aus einer westlichen Ernährung komplett deine Karnivore reinzuspringen, weil das doch sehr anstrengend sein kann, ist es so, dass ihr am Anfang natürlich ganz anders esst als nach einer Weile. Man sagt eigentlich immer, dass ihr in einer Karnivoren Ernährung erstmal hoch einsteigt. Das heißt, es geht als erstes darum, euren Körper komplett mit allem zu versorgen, was er hat. Das heißt, es geht erstmal darum, was ihr esst. Genau. Das Wichtigste ist nämlich, ihr solltet möglichst rotes Fleisch essen. Rotes Fleisch hat einfach den Vorteil, dass es mehr Nährstoffe für euch enthält. Und bei uns in der Karnivoren Ernährung ist es so, dass wir genau darauf achten müssen. Oft wird das euch nämlich vorgeworfen, dass ihr bestimmt von A oder B oder C zu wenig habt. Und darum, dem roten Fleisch seid ihr auf der sicheren Seite. Dazu kommen dann einige Füller, die im Prinzip dazu genutzt werden können, um das, was euch vielleicht im roten Fleisch noch fehlend, aufzufüllen. Wer Leber mag, dem würde ich empfehlen, ein bis zweimal im Monat noch Leber zu essen. Das füllt einige Mineralien, Vitamine auf, die man über das rote Fleisch zu ausreichen bekommt. Aber da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn es euch aber so geht wie mir, ich persönlich, ich mag einfach keine Innerwein, dann könnt ihr das Ganze auch mit Eiern machen. Bei Eiern müsst ihr nur etwas vorsichtig sein. Es gibt wirklich eine große Anzahl von Menschen, die von Eiern getriggert werden. Das bedeutet, sie bekommen eigentlich mehr Hunger dadurch, dass sie Eier essen können. Wenn es bei euch nicht so ist, gratuliere ich euch. Eier sind mit Sicherheit eine der besten Energiequellen, eine der besten Proteinquellen, eine der besten Fettquellen, die man überhaupt essen kann, weil überlegt euch, in einem Ei ist eigentlich ein komplettes Wohl. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie. Es gibt natürlich dann noch verschiedene Abstufungen. Leute, die das Ganze gerne etwas leichter haben möchten, die sagen, ich möchte noch Käse dazu nehmen. Andere nehmen sogar Honig dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man noch dazu essen kann. Wenn es bei euch funktioniert, funktioniert es. Das ist hier natürlich nicht anders als bei allen anderen Ernährungen. Auch wenn es bei dir klappt, ist es richtig. Klappt es nicht, musst du es wahrscheinlich ändern. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du die klassische karnivore Ernährung machst, das heißt Fleisch und Ei, dann würde ich morgens damit anfangen, ein Steak, zwei, drei Eier dazu, fertig. Mittags Burger-Patties und auch Ei drauf. Und abends dann einfach nur noch ein normales Steak. Dann hast du dreimal am Tag gegessen. Das sollte eigentlich reichen. Ganz wichtig am Anfang der karnivore Ernährung ist, du versuchst im Prinzip in jeder Mahlzeit etwas mehr zu essen, als du Hunger hast. Dadurch wird es deutlich leichter für deinen Körper, sich auf dieses Wechselspiel einzulassen und dein Hunger verschwindet mehr. Es wäre zum Beispiel morgens, du hast ein Steak und drei Eier, dann isst du einfach vier Eier und das Steak ist halt ein bisschen größer. Und du isst auf jeden Fall hoch. So nach vier bis fünf Tagen sollte dann dein Hunger weg sein. Ist das nicht der Fall, reg dich nicht auf. Das kann ganz normal sein. Es gibt verschiedene Gründe, warum dein Hunger nicht sofort verschwindet. Es kann zum einen sein, dass dein Körper noch nicht bereit ist, diesen Switch zu machen. Es kann sein, dass dir bestimmte Nährstoffe fehlen, die erstmal aufgefüllt werden müssen. Oder du isst Eier und vielleicht triggert sich diese Eier doch mehr, als es dir eingestehen wollte. Ist dein Hunger danach ein paar Tage weg? Willkommen in der kardivorenen Ernährung. Und jetzt wird es richtig spannend, weil ab jetzt musst du darauf achten, noch zu essen. Und wenn du isst, das Richtige zu essen. Es gibt immer verschiedene Verhältnisse, in denen vorgeschlagen wird, in denen man essen sollte. Es sind immer Fett und Eiweiß. Beim Fett-Eiweiß-Verhältnis am Anfang sprechen die meisten von einem 50-50-Verhältnis. Hinterher kann das Ganze variieren. Das heißt, es gibt die meisten, fühlen sich wohl sogar in einem 80-20-Verhältnis. 80% Fett, 20% Eiweiß. Das musst du aber komplett für dich ausprobieren. Ich persönlich bin bei einem 60-40-50-50-Verhältnis eigentlich immer am besten aufgehoben. Aber die meisten berichten zwischen 70-30 und 80-20, wobei die größere Zahl immer für das Fett steht. Das nächste wichtige Thema ist natürlich Fasten. Solltet ihr fasten? Nein. Könnt ihr fasten? Absolut. Das hängt komplett von dem ab, was euer Körper euch vorschlägt. Wenn es mal keine Möglichkeit zu essen gibt, dann es nicht. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, immer weiter zu essen. Weil auch bei einer kardivoren Ernährung könnt ihr eure metabolische Rate auf die Dauer runterfahren. Selbst wenn ihr fettadaptiert seid. Weil es bei Karnivor so ist, dass der Hunger wirklich komplett verschwindet. Und wenn ihr jetzt von sieben Tagen die Woche dreimal, zwei Tage, sechs Tage insgesamt pastet, dann werdet ihr auf die Dauer ein Problem mit eurer metabolischen Rate bekommen. Aber wie machst du das, wenn du gar keinen Hunger hast, aber du solltest was essen? Optimiere dein Essen. Das heißt, wenn du wirklich nur noch einmal am Tag isst, was die meisten irgendwann machen, dann nimm dir Lebensmittel, die wirklich sehr hoch im Inhalt sind. Da wären dann zum Beispiel, wenn du es kammst, wieder die Eier oder wirklich ein gutes Fleisch nimm, ein Bio-Fleisch, was mehr Inhalt hat und isst das. Weil überleg dir, du sparst so viel Geld dadurch, dass es so wenig ist, dann kannst du auch ein bisschen mehr Geld für deine einzelnen Mahlzeiten ausgeben. Ist es denn okay, nur einmal am Tag zu essen und dann vielleicht ab und zu mal 24 Stunden zu fasten? Ja, ist es. Unser Körper ist wirklich darauf ausgerechnet. Ihr müsst euch überlegen, Ruhe und Ruhe vorfahren, waren auf der Jagd nach einem Mannluck. Dann waren sie erstmal eine Beide unterwegs, wo es meistens nichts zu essen gab. Wenn sie dann einen Mannluck gefangen haben, haben sie es getötet, sie haben es mir zur Hüte genommen, es wurde zerlegt und sie hat natürlich auch keine Kühlschränke. Das heißt, es musste gegessen werden. Da wurde geschlemmt. Das heißt, es wurde geschlemmt, bis alles weg ist. Und danach begann wieder eine Art Hungerperiode. Und diese Programmierung hat unser Körper noch heute. Das heißt, das könnt ihr aussetzen. Ihr könnt also Phasen haben, wo ihr mal mehr isst. Ihr könnt auch dreimal am Tag essen. Wenn euer Körper wirklich dreimal am Tag essen haben wollt, gebt ihm Essen. Bitte niemals gegen euren Hunger arbeiten, weil dann bricht das ganze System in sich zusammen. Und wenn ihr keinen Hunger habt, esst ihr nicht. Nur bitte ab und zu essen und achtet darauf, nicht wirklich zu häufig zu lange zu fasten. Das ist nichts gegen Intermittierendes Fasten zu sagen. Mal 24 Stunden zu fasten. Auch 48 Stunden können mal sein. Aber das würde ich so gering halten wie möglich, damit ihr euch nicht unterfasst. Ich hoffe, das konnte soweit alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir gerne hier drunter. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder beim nächsten Carnivor Motor. Macht's gut.